Ja Leute, heute habe ich etwas ganz besonderes, denn ich habe mal meinen Bruder gefragt, ob er Lust hat, bei mir im Video zu sein und er hat ja gesagt und was soll ich sagen, wir haben einfach mal zusammen ein bisschen Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt und das Besondere dabei ist, er hat seit 11 Jahren einfach kein Yu-Gi-Oh! mehr gespielt und ich habe einfach mal reingeworfen und gesagt, los, spiel einfach mal ein paar Runden, wir haben sein Lieblings Deck genommen und zwar Six Samurai und wir wollen mal sehen, wie er sich dabei angestellt hat. Und jetzt siehst du dein komplettes Deck, was du da spielen wirst. Oha, okay. Kannst auch draufklicken, dann gibt es hier einen Groß hier. Guck mal da. Ah, geil, das ist gut. So, und weißt du, was ich nämlich gemacht habe? Ich habe mich mal informiert. Rate mal, wie lange du kein Yu-Gi-Oh! mehr gespielt hast. Ah, vielleicht. Ah, es müssten fast fünf oder sieben Jahre. Ja, du hast ja ungefähr aufgehört, als Chien so sogar ausläufig war. Die waren ja bei Mieter und dann sind die ausgelaufen. Genau, habe ich mit aufgehört, ja. Genau, und diese Karte kam 2011 raus. Na gut. Das sind elf Jahre. Genau, war eben so elf Jahre her. Also seit über zehn Jahren kenne ich Yu-Gi-Oh! gespielt. Naja, aber ich kenne zumindest noch ein bisschen Six Samurai. Genau, also Grandmaster ist ja ganz alte Karte. Ja, aber immer noch meine Lieblingskarte ist. Die noch gibt es schon. Ja, die spielen wir uns gut, wie du siehst. Kizan, kennst du den noch? Ja, sagt mir was, aber auch schon lange her. Dann darfst du mir mal speziell beschreiben, wenn du einen anderen Six Samurai kontrollierst. Ja, genau, stimmt. Ah, megacool. Inishi kennst du vielleicht auch noch, vom Artwork herzunehmen. Ich weiß sogar, dass du den Original hast, ne? Die hatte ich früher auch immer gespielt, ja. Du hast sogar noch eine Box, wo das Deck drin ist, oder? Ja, habe ich auch noch. Voll cool. Das stimmt sogar. Ja. Ironischerweise bei Duelings gibt es eine Sonderregel. Ich habe sogar, glaube ich, die kompletten Karten noch. Ja, glaube ich auch. Du hast sogar einen Shien in Ultimate Rare, oder? Ich meine ja, den haben wir nicht verkauft. Richtig cool. Ähm, und zwar hier. Äh, Inishi. Ja. Da steht dann zwei dran. Genau. Und bei Duelings gibt es nur Sonderheiten. Normalerweise im TTG ist ja, du darfst die Karte nur zweimal spielen. Bei Duelings ist es so, du darfst Karten, die zwei sind, nur zwei von im Deck haben. Okay. Also dies auf zwei und dies auf zwei, deswegen darfst du von beiden nur einen. Ah, okay. Oder du spielst zwei davon, aber dann keinen davon. Ja. Ja. Ein bisschen schwer war das. Jo, ist ja schwerer. So. Der ist neu, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, der ist komplett neu. Das sind die geheimen Sechser. Der ist nicht 2011. Nee, der ist noch ein bisschen schwerer gekommen. Ähm, ja, weil er ist Empfänger. Okay. Stufe 1. Das ist das Relevante. Ja. Denn Shien ist ja Level 5. Ja. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, ja du brauchst immer den Empfänger. Genau. Genau. Und er ist halt Shien. Genau. Genau. So. Und dann Sechsembräu Feind kennst du auch noch, ne? Mhm. Zwei Karten ziehen. Boah. Quasi. Ja, genau. Da. Christian Zähler drauf und du hast zwei Karten ziehen. Mhm. Genau. Und dann haben wir MST, kennt man ja. Wiedergeburt, kennt man ja. Klassiker. Schicksalsschlag kennst du vielleicht noch nicht. Also, ist ne uralte Karte. Die kenn ich tatsächlich. Ja, okay. Würfe eine Karte ab, wähl dann auf das Monster, verbann es. Mhm. Genau. So, und dann noch die Falle. Die Falle ist auch, ähm, neuer. Die kenn ich nicht. Nee. Kannst du mal eben lesen. Falls dein einziges Monster, das du kontrollierst, ein Sechsembräu Monster in offener Angriffsposition ist, wähle zwei Karten, gib sie auf die Hand zurück. Okay. Hast einfach zwei Karten bei uns. Nee, genau. Aber du musst halt ein Sechsembräu im Angriffsmodus kontrollieren. Na gut, das ist nicht so schwierig. Nee. Aber, ähm, es kann halt immer passieren, wenn du schlechte Hand hast, kann ja auch passieren, dass du einfach den im Angriffsmodus beschwörst. Ja. Und die setzt und abgibst. Okay. Ja, stimmt. Aber dann kannst du ja immer noch bauen. Kann ich immer noch auf die Hand zurück. Genau. So. Ja, wir spielen Synchro, zwei Schienz. Äh, bei den Exids, Excalibur kennst du sogar noch. Ja. Aber ich weiß echt nicht mehr, was er kann. Er kann zwei Materialien abhängen und dann hat er 4000 Attika. Ah, okay. Achja, bei Dueling spielt man nur mit 4000 Lebenspunkten. Das heißt, wenn der direkt angreift, ist game. Ja, okay. Das ist aber, ja. Ja. Dann haben wir noch einen Dueller. Daneben, der, der daneben hier, der blockiert den Friedhof. Vielleicht Varga auch noch in Erinnerung. Die hatte ich sogar mal. Ja, hast du. Die hab ich auch gehabt. Und dann nehmen die Spinne. Die ist aber, glaub ich, neu. Die ist neu. Die kenn ich nicht. Du kannst ein Material abhängen. Okay. Du kannst ein Monster vom Gegner verbannen. Ja. Und wenn sie angreift, kriegt sie Attika-Boost danach. Ja. Und der zerstört Monster mit hohen Stufen. Aber in der Regel OTK hast du das. Ja. So. Und da ich weiß, dass es eh gleich mega kompliziert wird zu spielen, gehst jetzt einmal aufs Häuschen. Und jetzt zeig ich dir mal, wie das Deck gespielt wird. Du gehst nämlich auf irgendeinen dieser Bubbles da. Also auf einen der Mitspieler. Kann ich auch auf diesen ausüben. Nein. Das ist der Kartenhändler. Achso. So. Dann machst du okay. Der will nämlich jetzt sich gegen dich duellieren. Jetzt machst du Auto-Duell. Oh. Und jetzt siehst du, wie der Computer für dich dein Deck spielt. Oh, das ist praktisch. Okay. Dann gehst du mal rein. Du wirst sehen, ist schnell. Ja. Ist ja in Ordnung. Dann seh ich auch nochmal Exit-Beschwörung vielleicht. Ist ein bisschen spannend. Na, meistens mal nur Synchro. Ah. Ist ja ganz schön faul. So. Achso. Wer anfängt, ist übrigens Zufall. Es wird ausgelost. Ja. So. Die Hand ist gut. Ja. Genau. So. Und jetzt wird er voll ausrasten. Er ruft den ersten, sagst du mal rein. Holt sich den zweiten. Das sind auch wenige Handkarten, oder? Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade verwundert. Wiedergeburt. Holt sich Gesandt. Exit zusammen. Ist aber echt schnell. Gute Ex. Und. Okay. Das machen wir auch gleich so. Okay. Ja. Das ist ja einfach. Ja. Okay. Willst du noch einmal sehen? Ja. Das war. Ey. Also ich bin begeistert. Ach. Ich krieg dann dafür, dass ich mir angeguckt habe, auch noch Sachen. Ja. 200 Edelsteine jetzt hier. Das ist ja cool. Also wir leveln den Charakter gerade. Ja. Ist doch schön. Ja genau. Und noch ein paar Belohnungen. Ich liebe ja Gamification. Das will immer etwas sein. Ja und ganz viele Punkte. Und für diese Punkte kriegst du halt dich. So. Und das ist für ein Event wieder. Ach. Geschenke. Über Geschenke. Und das ist auch nochmal ein Event. Und hier kriegst du auch nochmal gratis Sachen. Du siehst hier Edelsteine und so. Halleluja. Ich werde reich beschenkt. Ja. So. Okay. Jetzt haben wir den besiegt. Ja. Jetzt können wir wieder so einen auswählen. Hier ist jetzt keiner. Jetzt können wir mal eine wähle zur Seite gehen. Da ist eine. Die da ne? Ja. Genau. So. Und dann können wir auch wieder Auto durch. So. Jetzt muss ich genau hingucken. Das ist echt schnell. Ja. Sehr schnell. Okay. Let's go. So. Übrigens den Charakter musst du spielen wegen deiner Fähigkeit. Aber da kommen wir gleich drauf zu. Ja. So. Oh die Hand ist ja auch gut. Also gut. Nein die Hand ist nicht so gut. Okay. Ich aktiviere das. Ja. Dann spielt schlecht. Also musst du zu wählen. Dann spielt schlecht. Ja egal. Spinne. Spinne banischen. Direkt. Ja. Ja das habe ich sogar mitbekommen jetzt. Also eben bin ich nebenhin hinterher gekommen. Das war aber zu schnell. Okay. So. Cool. Aber wir machen das dann langsam. Natürlich. Wir spielen ja gegen echte Gegner mit Zeitlimit. Ja. Okay. Das heißt wenn die Zeit abgelaufen ist haben wir automatisch verloren. Oh. Das ist halt wieder super. So. Ich habe so viele Geschenke hier. Ja. Das gibt jetzt mal Möglichkeiten. Entweder spielst du gegen so einen Computer selber. Ja oder gegen jemand. Echtes. Was möchtest du? Ich glaube fast anfangen mit dem Computer und dann nochmal gegen jemand. Okay. Du hast Glück wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Da oben sieht man wie viele man in der Welt hat. Ah ok. Einen haben wir nur suchen. Egal. Äh da. Ja genau. Und dann kannst du natürlich anstatt auf Auto-Duell. Naja genau. Auf Duell gehen. So. Und jetzt musst du Duell spielen. Na ja das kriegen wir hin. Also die sind leicht. Das wollte ich auch. Also die haben echt keine guten Decks. Das ist am extra so. Die Welt levelt immer höher. Ja. Und wenn die Welt ganz hoch ist sind die auch stärker. Aber ich habe die extra niedrig damit man die easy weg machen können. Mal gucken wie easy. Ja du hast ja gesehen. Also der Computer braucht einen Zug immer. Ja. So wer darf denn starten? Ja. Oder sie besser gesagt. Ja genau. So. Ich muss einen ziehen. Uiuiuiuiui. Ach du Kacke. Wir gehen lassen jetzt weiter. Das ist einfach mal. Okay. Äh. Dafür brauchst du zwei Sixer mal den Friedhofen-Effekt. Mhm. Ja und wenn wir das da eh verdeckt legen. Ja das kann man glaube ich schon mal aktivieren. Ja genau. Let's go. Ich ausfahre nochmal sein Effekt. Er kann sich spezial beschwören wenn ein anderer Sex dann drei mal zu machen ist. Ey dann wollen wir es natürlich noch nicht. Der Spezial beschwört sich wenn du den Tuner der Spezial beschwörst. Was will ich den anderen? Ne den kleinen. Ach den ganz kleinen. Dann kann der sich selbst Spezial beschwören sonst leider nicht. Dann setzen wir den doch einfach. Ne Angriff. Wollen wir schon angreifen? Was hat der denn da? Wir machen jetzt fertig diesen Zug. Ich sag dir wir schaffen es diesen Zug vielleicht. Echt? Ja gut dann muss ich ja mit ihm anfangen. Ne 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 ne. Du kannst dich Spezial beschwören wenn du initiierst. Ach so. Fangen wir mit initiieren. Ja normal bestimmen. Genau. Cool das Counter geht automatisch. Ja stimmt. Und jetzt kannst du den anderen Spezial beschwören. Einfach da auf Spezial klicken. Ah ok. Jetzt kannst du kurz natürlich angreifen. Naja ich wollte grad sagen. Jetzt krieg ich noch einen Counter. Dann kann ich ja schon Effekt machen eigentlich von mir ne. Ja. Guck mal hier wie in alten Zeiten. Nix verlieren. Boah zack. Na gut fake gift wenn wir doch nicht diesen suchen. Was haben wir jetzt hier. Da haben wir nix gewonnen. Was können wir mit denen nochmal machen? Ja den können wir leider nur speziell beschwören wenn wir den kleinen haben. Ja nur wenn ich den kleinen süßen hab. Na gut wir könnten doch Exit Monster schon rufen ne. Ja das können wir machen. Da hast du das extra deck. Da kannst du draufklicken. Und dann kannst du Spezial beschwören. Und dann zeigt er dir alle möglichen Beschwörungsmonster. Ah ok. Aha. Ah gut. Man kann auch hin und her zwitschen. Oh was ist denn hier sinnvoll. Ich habe gar keine. Also das halt für Damage für 4000. Ja. Oder die Spinne. Also so ungefähr. Das andere ist nur Anti-Strategien gegen verschiedene Decks. Achso das ist nur Anti-Strategien gegen. Genau. Deswegen fallen wir die Spinne an. Naja ich wollte gerade sagen. Spinne klingt gut ne. Ja. So. Ja dann die beiden ne. Ja musst du anklicken halt mit. Ah ok. Bestätigen. Und dann die anderen auch. Bestätigen. Genau. Ja dann Angriff Modus ne. Natürlich. Spidey Attack. Ich sage ich. Wir gewinnen diesen zu. Ah. Ah. Oh. Das ist ja cool. So. So. Dann können wir ja schon direkt Effekt aktivieren. Ja genau. Von der Spinne. Genau. Effekt aktivieren. Und jetzt den stärksten abhängen bitte. Den stärksten? Ja. Ja. Jetzt können wir es verbannen. Bestätigen. Weg. Und jetzt können wir Monster Rebound. Stimmt. Und dann können wir unseren Kisa wiederholen. Ja. Natürlich. Ja dann gewinnen wir doch noch diese Runde. Ja. Alter gesagt. Ja dann da. Bestätigen. Coole Animationen. Ja natürlich einen Angriff hab ich. Ja läuft doch. Und jetzt wichtig. Ja das muss ich auch viel später hin. Genau. Normalerweise greifst du hier an und setzt dann einen Zauber und Fall. Ja genau. In der Main Phase 2. In der Main Phase 2 gibt es in Duel Links nicht. Ah also vorher setzen und dann an. Bevor du angreifst immer setzen. Ja gut. Aber das ist ja nicht so schwer. Also setzen wir die beiden Fallen natürlich. Fallen natürlich. Fallen natürlich. Maximal 300 kriegen deine Monster. Jetzt hast du 2. Also 200 kriegt jedes Monster dazu. Das heißt du kannst Fähigkeit aktivieren drücken. Das ist entspannend. Geht die nur einmal die Runde und das war's? Oder geht die jede Runde machen? Ja kannst du jede Runde machen. Ah ok. Cool. Aber im Gegnerschenspielzug sind die wieder normal. Ja das ist ja logisch. So und jetzt hast du. Ja. 4600 Damage. Und kannst sie direkt angreifen. Okay. Das muss ich mal. Einmal nach vorne ziehen. Achso. Ja. Dann kannst du. Ja will ich. So. Erstes Duell. Erster Win. Ja und jetzt kannst du sie auch wieder nach vorne wischen. Du kannst auch sonst rauf. Äh. Ja mach ruhig. Dann wird sie noch stärker. Guck jetzt geht's ja TK noch. Sie ist ja gut. Ja. Ja doch. Du kannst auch raufklicken theoretisch. Auf den Kizan. Wenn du angreifen willst. Musst nicht. Kizan doch. Achso mit Doppelklick. Ja ja. Ja ok. So. Gewonnen. Oha. Oha. Ja ok. Also ich muss wieder aggressiver spielen. Ja es ist ein Beatdown Deck. Ja. Es ist schon lange her dass ich es gespielt habe. Ja ok. So. Oh. Und jetzt. Es war ja viel zu einfach. Also. Dann müssen wir mit echten Gegner spielen. Das stimmt. Und zwar folgendes. Äh. Ja mit die Geschenke einsammeln. Erstmal die Geschenke. Kannst auch links klinken. Links. Läuft da wieder seine Runden da? Klick 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 klick. Ja ja. So fühle ich mich auch immer. Wenn wir so viel wegklicken. Oh. So. Und jetzt gehst du. Kannst die Ausrufszeichen mal einsammeln eben. Das sind gratis Sachen die du mitnehmen kannst. Echt? Also ein bisschen Gold. Und ein bisschen Schlüssel. So. Und jetzt gehst du auf die Schwerter. Oh jetzt wird es ernst. Und so. Und jetzt kannst du darauf klicken. Ja das sieht doch cool aus. Das will ich. So. Und jetzt machst du die Booster. Die Booster sind. Klickst du einfach mal drauf. Aber. Genau. Das ist wenn wir gewinnen können wir eine Belohnung. Aber. Bevor du halt drückst. Ja. Und sagt folgendes. Ich habe gesagt dass du Rank spielen wirst. Und ich habe gesagt dass ich nicht ein Anfänger bin. Ja. Sondern ich habe ein paar Ränge gepusht. Ja das. Und ich muss leider gestehen. Du hast zu viel gepusht. Ich habe im letzten Stream. Bin ich von Silber auf Gold gepusht. Das heißt wir spielen jetzt in Gold elo. Das ist nicht die höchste elo. Noch lange nicht. Aber ist schon nicht. Also wir spielen höher als. Ja das schafft man ja. Ja okay. Komm rein. Mal gucken. So wir suchen noch einen Gegner. Man sieht übrigens wie gut der ist. Beziehungsweise wie gut der in den letzten Season war. Okay. Wir sehen das gleich. Also er sieht das bei uns auch. Aber. So. Jetzt sehen wir nämlich unseren Gegner. So. Er war Silber, Gold, Gold und Diamant. Okay. Also das heißt. Der hat schon länger gespielt. Der wird auch kein schlechtes Deck haben. Okay. Ich spiele gegen einen Hamster aber eben. Der hatte so ein Hamsterbild. Ja das ist halt der Rang. Achso echt. Das war der Rang ja. Oha. Wir sind gerade Adler. Ja. So. Wir gehen direkt an. Er misstiert. Aber gut. Ey du ist es schierend. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr. Ne mit der Falle. Achso. Ja ne. Was der nochmal. Ich vergesse. Ach ja die Spezialbeschwörung. Genau. Wir spielen. Oha. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Dojo. Oh wir spielen gehen. Oh das wird schwer. Echt wird direkt schwer. Oh er gibt ab. Er gibt ab. Wir können gewinnen. Vielleicht diesen Zug. Juhu. Ja okay das ist gut. Das ist sehr gut. Okay okay. Let's go. Dann das hier erstmal ausspielen. Ja genau. Dann Effekt aktivieren. Der hat ja gar nichts ausgespielt. Ne. Okay. Dann. Machen wir das. Nein. Oh. Der kann sich ja Spezialbeschwören. Wenn du den 6xmerei kontrollierst. Deswegen den. Achja stimmt. Klar der ist schwach. Aber ist ja egal. Ja. Dann kann ich den Spezialbeschwören. Und den. Ja aber erstmal kannst du den aus dem Deck rufen jetzt. Stimmt. Äh. Effekt aktivieren. Genau. Legst den weg. Und darfst den Level 1 sauen. Äh. Achso. Der geht dann direkt aufs Feld. Ja. Okay. Ja. Ich mach ja eh jetzt direkt Finish danach. Ja du machst ja eh Synchro. Ja. So kann ich ja direkt auch. Ist ja egal. Äh. Jetzt machst du doch Synchro. Mhm. Äh. Du musst extra Leck kicken. Achja. Genau. Und jetzt. Ich würde selber schwören. Dann zeig ich dir die alle möglichen. Das sind nur Schieren. Ja. Ich nehme Schieren. So. Und dann wehst du aus. Den Empfänger. Dann den. Oh. Jetzt kommt die Synchrobeschwörung. Haha. Ja. Defensive. Ja. Mach unbedingt. Guck mal. Jetzt wird nochmal gezeigt. Wie Synchro in Anime aussieht. Oh der Arme. Der fährt eigentlich gar keine Chance raus. Außer er hat irgendwas auf der Hand. Ja das kann ja sein. Das kann doch sein. Das weiß man ja nicht. Aber er hätte auch schlecht gezogen. Warte mal. Warte mal. Lass uns nochmal die lesen. Nicht, dass die jetzt gleich was können. Ähm. Mal runter. Ähm. Maximal 6. Ah. Pro Spielzug kannst du 13. Ja okay. Die macht wirklich gar nichts. Okay gut. Gut. Dann. Eigentlich rechnerisch bräuchten wir ja sogar nur Grandmaster. Ja. Aber warum nur einen Ruf, wenn wir beide Rufen sind? Das stimmt. Weil. Deine Fähigkeit kriegt ja pro Monster. 300. Ah. Ach ja. Irgendmal was. Angriff. Der Arme hat keine Schwank. Wie du Mitleid mit dem Gegner hast. Du weißt. Ich war schon immer der Soziale. Ja. Irgendmal freundlich bleiben. So. Hammer. So. Und dann können wir die schon mal verdeckt legen. Genau. Setzen. Und? Zuletzt. Bevor du angreifst. Ja. Fähigkeit. Fähigkeit ganz klar. Oh die Zeit läuft auch ab. Ja. Fähigkeit. So jetzt sind wir noch stärker. So nochmal Battle Face. Ja. Mal gucken, ob er eine Handtrap hat, um das aufzuhalten. Oder ob der jetzt gewonnen ist. Angriff? Ich glaube mal. Bitte nicht. Oh, er hat was. Ah. Cool Kurio. Alles egal. Das reicht noch. Noch reicht's nicht. Jetzt muss er noch einen haben. Er hat keinen mehr. Er hat keinen mehr. Ich glaube ich hab gewonnen. Ja. Du wolltest nur einen beschweren. Ja. Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Aber das hätte ich bereut. Ja. Selbstsicher hier Belohnung einstellen. Natürlich. Und an Gegner suchen. Wollen wir hoffen. Verlieren gibt's nicht. Oh. Gute Devise. Wieso Erfolg stand du denn? Guck mal. Tipp wie man tut. Ganz wichtig. Oh. Der hat schon ein bisschen mehr gespielt. Ja. Ja. Oh. Kleiner Disclaimer. Er wird wahrscheinlich das beste Deck spielen, das gerade aktuell existiert. Ja. Mann hat ja sonst kein Problem. Ja. Du steigst aufwendig. Ja. Das stimmt. Ich hoffe, wenn nicht aufgepasst werden, fängt er. Ja. Er spielt das. Was hat er denn da direkt? Panel 2. Ach du. Kennst du gar nicht. Nee. Ja. Also du wirst jetzt sehr viele Schwierigkeiten kriegen. Ich sag's dir leider. Oh Mann. Ja. Naja. Erstmal abwarten. Ja. Vielleicht hat er ja nicht gut gezogen. Man muss abgeben. Kann auch passieren. Dann wär's unsere Chance. Ich find's auch cool, dass jeder Charakter einen anderen Musik hat. Gut. Er hat schon mal ne gute Garte. Okay. Der sucht sich damit halt ein passendes Monster. Naja. Also Verstärkung für die Armee. Für dich. Naja. Ja okay. Guck. Jetzt sucht er sich so einen Dicken. Das ist ein Fusionsdeck. Mhm. Der wird jetzt gleich wahrscheinlich ne Fusionsbeschauerung durchführen. Das ist seine Fähigkeit jetzt. Naja. Er kann die halt jetzt weglegen. Und das halt dann da reinpacken. Keine Ahnung was Pendeln halt kann. Aber okay. Ja das sind die Panel Scales jetzt. Ja. Er hat die zwei reingelegt und darf jetzt gleich ne Pendelnbeschauerung durchführen. Ja. Darf jetzt von der Hand oder extra deck so viele Monsterbeschauerung wie er will. Die in den Stufen sind. Ja. Ja okay. Und er hat nur eins. Ja. Aber was für 3000. Alles gut. Ja gut. Dann können wir die direkt aktivieren. Dann machen wir dich ne. Dann kommst du. Dann kommst du. Nee. Erstmal kann der andere limitiert. Diesmal jetzt auch Spezialbeschauerung werden. Da. Achso. Stimmt. Das hab ich ja gesagt. Wenn der Kleine beschworen wird kannst du den Spezialbeschauer. Ja. Dafür ist halt da. Angriff ne. Ah ne. Ja der hat Verteidigungsbeschauerung. Ja der hat Verteidigungsbeschauerung. Verteidigungsbesser ne. Ja ja. Oh mein Gott. Das erste Mal sind wir Verteidigungsgesetzen. So dann können wir die. Ach ne. Erstmal zwei ziel. Da die zwei ziel. Ach nein. Was ist das alles? Was will er? Er kann zwei Karten zerstören. Ah das ist ja nett von ihm. Ja ja ja. Okay. Der darfst nämlich jetzt einen aus Deck zerstören. So und jetzt ist halt die Frage. Was macht man? Ja weil folgendes. Ja. Du hast jetzt zwei im Friedhof. Ja. Wenn du Inishi hast. Ja. Darfst du. Wenn du einen anderen kontrollierst. Hättest du ja mit. Ja genau. Klick mal rauf. Sag dir jetzt zwei andere oder einen anderen nochmal. Äh. Zwei. Ah ne. Achso es geht sogar. Ja. Also wir können damit bouncen. Ja. Ja. Und wir könnten danach wieder. Ja. Zusammen fügen. Ja. Oh ja genau. Und der Excalibur 4000. Ja. Ja. Lass dir mal rauf. Guck mal. Ja ja. Muss da Verteidigung sein? Ne ne? Ne. Du bist aggressiv. Genau. So dann können wir. Nein erst mal. Falls wir einen Samurai nochmal einen Feind ziehen. Okay. So. Haben wir nicht. Dann jetzt aber. Ja ich werde jetzt nochmal. Ja. Bevor immer die Karten des Gegners lesen. Weil ähm. Nachher kann der was. Ja. Und hier sieht man. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Naja. So. Das ist nicht schlimm. Stimmt. Und hier. Während der Main Phase. So kann er seine Hand einen Offenspanel machen. Von Excalibur. Das heißt er kann damit nicht reagieren. Okay. Ja stimmt. Also können wir ganz entspannt machen. Ja. Kann man dann. Sehr schön. Genau. Dann können wir die zusammenführen. Ne. Erst den auf die Hand geben. Ach ja stimmt. Richtig. Effekt aktivieren. Ja. Machen wir dich. Du musst zwei. Ich hab ja nur zwei. Ja ja. So. Dann gibst du den großen zurück auf die Hand. Ja genau. Da kann man auch so anklicken. Ne kann man nicht. Doch. So. Ja. So. Jetzt aber zusammenführen. Jetzt kommt die kleine Hochzeit. Bezahlbeschwörung. Ähm. Da hatten wir auch den mit. Ja. Excalibur. Ja. Zack. Zack. Natürlich noch ein Griff. Ja. Ja. Das gibt es nicht. Ja. Die Animation zählt. Läuft die Zeit eigentlich weiter wenn die Amazons? Nein. Erdruck ist auch fair dann. So. Dann können wir mal verdeckt spielen auch. Und dann würde ich MST auch ruhig. Ja. Und dann können wir die Fähigkeit. Nein. Erst sein Effekt. Sein Effekt erst? Okay. Effekt aktivieren. Den stärkeren. Ne. Muss beide abhängig. Ach muss beide. Ja. So und jetzt kannst du Fähigkeit aktivieren. Achso. Äh. Ja. Die 100. Eigentlich aber gut. So und jetzt kannst du anfangen. Wenn er jetzt nichts hat. In der Hand ist es okay. Das wäre natürlich episch. Ja. Das beste Deck ist die. Ein Levelausstieg. Geil. Das ist das beste Deck. Wirklich. Aber er hat nicht so gut gezogen. Hat er nicht gut gezogen. Aber die heimtückische Falle war gefährlich. Aber er hat die falschen zerschossen. Aber egal. So oder so hätten wir glaube ich spielen können. Ja. Also richtig gut. So. Ja. Guck mal hier. Wieder Belohnung. Ohne Ende Belohnung. Hör gar nicht auf. Oha. Und Ranker. Ja geil. Ja. Und nochmal ein Sieg. Wenn man verschiedene Ranglisten, also wenn man ganz viele Ranglisten und Duelle gewinnt, kriegen wir auch immer an Belohnung. Ja. Und natürlich haben wir den höchsten Rang. Ja gut. An Belohnung mangelt es im Spiel nicht. Naja schon. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Das war die kleine Einleitung. Beziehungsweise Einleitung. Die Duelle. Was sagst du? Jubio spielen. Nach elf Jahren. Wie ist es? Es ist sehr nett und einfach gehalten tatsächlich. Man muss noch nicht so viel nachdenken. Ein bisschen problematisch ist, dass ich die gegnerischen Decks noch nicht kenne. Aber es macht Spaß doch. Ja. Dein Deck ist halt auch wirklich einfach so. Ja genau. Aber das habe ich ja auch damals schon an dem Deck gemacht. Einfach rauskommen und Attacke und fertig werden. Ja. Und wenn der Zauber gerade aktiviert und die Gate mit Scheel. Genau. Einfach ignorieren alles. Einfach alles fertig machen. Egal darum. Also es geht. Man läuft. Ja. Freue mich wirklich. Danke, dass du das Video hast. Ja. Gerne. Gerne. Und falls ihr da draußen nochmal ein Video sehen wollt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall. Dann ergibt sich vielleicht etwas. Ja. Also Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich jedenfalls. Und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.